Referieren bedeutet kommunizieren. Du vermittelst nicht nur Inhalte, sondern zeigst sie durch deine Körperhaltung, deine Mimik, deine Gestik und die Tonfalle auch als Person. Beschäftige dich während ihrer Präsentation nicht mit deiner Körperhaltung. Aber denk daran, bleib nicht immer am gleichen Ort stehen, sondern bewege dich. Karteikarten oder viele Stifte in deiner Hand helfen dir, wenn du nicht weisst, was mit deinen Hängen machen willst. Steh mit beiden Beinen am Boden und schaue immer wieder in die Runde. Am besten wählst du drei Leute aus. Jemand links, jemand in der Mitte und jemand rechts im Raum. So hat das Publikum das Gefühl, du redest mit allen und für dich selber ist es, als würdest du ein Gespräch nur mit drei Leuten führen.